Das HP Zepuk Power G9, ideal für Architektur-Applikationen. Das Aluminium-Chassis wiegt unter 2 kg und bietet UHD 4K-Display-Optionen und eine Menge Anschlüsse. Auf der linken Seite ein Security-Lock, ein Netzwerkanschluss, ein USB-A, ein HDMI und ein Smartcard-Reader. Auf der rechten Seite ein Audio-Kombo-Anschluss, zwei USB-A, ein USB-C und einen Stromanschluss. Damit die High-End-Komponenten gekühlt bleiben, gibt es eine grosszügige Kühlfläche nach hinten. Das Full-Size-Keyboard verfügt über einen integrierten Zahlenblock. Das 15,6 Zoll grosse IPS-Panel hat einen dünnen Rahmen und ist entspiegelt. Dank Modern Standby bleibt Windows im laufenden Zustand und ist sofort einsatzbereit. Dieser spezielle Sleep-Modus spart Zeit, wenn man viel mit seinem Gerät unterwegs ist. Ein langwieriges Herunterfahren ist nicht mehr notwendig. Einfach ausstecken, zuklappen, einpacken und gehen. Dank HP Present Server erkennt der integrierte Nährungssensor, wenn ich davor sitze, und aktiviert die Kamera für das Windows Hello Login. HP hat schon immer auf höchste Technologie bei Batterien gesetzt. Mit HP Fast Charge wird in 30 Minuten Minimum 50% des Akkus geladen. Sp lucky Sie,инber Molai Genagen hash high noch nicht landern. Damit hätte einen Backhoe SMS handern. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Vielen Dank.